Rrrrrrschlungsig Bobz BMW am Start meine Bratanschkies Und heute ist eine Initiative.. Ein Kill Eine Salto Challenge WEUTE ihr fragt euch sicherlich brother.. was machst du jetzt!! Lass erstmal ein dickes dickes Däumchen da Leute Vergesse ich den creator Kann�ut Saltro-Sack compose Fuk adesso beiomen EN GEST!!! Ein Kill1 Salto in Fortnite 에서 � aka em Jan questa lebe BEHEAT Ich bin nicht bereit Ich bin verdammte Scheiße Nochmal nicht Okay, ich bin wieder bereit Okay, Leute, wir haben eine grüne Pumpkin Es klingelt Gib mal an dein Telefon Boom Checkalaka, boom, boom, boom Wir müssen jetzt dringend unser Salto machen Unser Salto Hab ich zu viel versprochen, Leute, oder was, Alter? Ein Kill, ein Salto, gar kein Problem für uns, Mann Da ist jemand gelandet Kleine technische Störung Ich hab mein Headset beim Salto rausgerissen Sorry, Bro, dass ich wie ein Camper rüberkomme Jetzt ist noch kein Salto Bruder, muss los Bruder, muss Salto machen Leute, ich weiß, wieso ich gestorben bin Weil ihr den Greta-Konzent-Russack noch nicht im Itemshop eingegeben habt Also gib schnell ein Aua, ich krieg den Kugler, ich krieg den Kugler, ich krieg den Kugler Das ist mein Kugler, das ist mein Kugler Okay, Bro, ich hau ab Aber ich hab keine Waffen, Leute Ich hab immer noch keine Waffen, Leute Ich hab ne M4, Leute Ich hab ne M4 Hab auch dich, Bruder Ich muss direkt zwei Saltos machen Verdammte Scheiße Wir leben Alles ist gut gegangen Hier vorne mussten doch noch mehr Leute rumlaufen, oder? Monkey Aim Verdammt Warum hab ich so einen Monkey Aim? Jetzt Nach all den 50 Versuchen Ja Boom Und direkt noch, Alter Boom Will noch jemand schnell was sagen, bevor ich hier den ganzen Loot einsammle Ich bin einfach eine Sniper-Legende, Leute Einfach eine Sniper-Legende Wollt ihr den krassesten Snipe sehen? Ach, schade, der ist jetzt reingelaufen Brudi, Brudi Uff Uff, 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 uff Mach dir keinen Kopf, Bruder Oh, nice Nice to get here, Bro Wow 20er Shit, Alter Wo lebe ich denn? Wo lebe ich denn, Leute? Richtig In der Welt der Saltos Ah, mein Auge kratzt Okay, alles ist gut gegangen, Leute Super 5 Kills, 5 Saltos Ich bin schon ein bisschen aus der Puste Muss ich ganz ehrlich sagen, ja Hi, Bro Was geht? Ja Siehst du, wie schnell das kaputt gehen kann, Bruder? Ei, 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 ei Erstmal Saltos gemacht Habt ihr gesehen, Leute? Ah, da fliegt ja einer Pass auf Ah, schade Du kannst dir erzählen, wie es so war da drin In der Zone Wow Der hat so geschützt, oder? Mein Saltos schmeckt dir, Bruder? Schmeckt es dir? Ich hoffe, es schmeckt dir gut Das ist how I do this, my friends Was wir hier machen Das ist halt krasse Challenge, ne? Die Saltos Challenge So, Medipack schnell Ich hoffe, hier ist kein Mensch gerade Aber die sollten alle schon Richtung Zone rotiert sein Sehr gut Okay, meine Freunde Okay, meine Freunde Hui, da vorne läuft einer Er will es auch noch schaffen in der Zone Aber was er nicht weiß Macht er nicht heiß Oh, Brudy Brudy, erst mal ein Saltos Fuck, meine Kugel ist bestimmt runtergerollt Kann das sein? Okay, let's go 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 Nicht so geplant, wie es jetzt gerade war Dass er mir noch einen Hit reindrückt Aber es war okay Lass aber hier das Lagerfeuer zünden Oh, sag mir bitte, dass da ein Big Shield drin ist Ein Big Shield da drin Komm Komm schon Nein Okay Bitte ein Big Shield Hey, Mann Aber Leute, wir werden sie verfolgen, diese Ratte Weil egal, wer das war Das war mein Kill Das muss ihm bekannt sein Und ich sehe ihn ganz genau Ich sehe dich, Bruder Ich weiß, du bist hier Hallo Was ist los, meine kleinen Freunde? Erst mal zwei Zeitlos Eis Der zweite Der zweite Der zweite Der zweite Nie wieder macht sich hier gegen Papa dumm, okay? Mach mal ein bisschen langsamer nächstes Mal, meine kleinen Freunde, ja? So, gib mal kurz den Biggie hier Schmeckt das lecker hier alles, Leute? Uff So Schön Der Kugler oder der Kugler Natürlich dann den neuen Aha Ihr seid ja alle hier jetzt beieinander versammelt, oder was? Boots und Salto Easy Guck mal, Leute Das ist für euch Erst mal ein Salto Und dann Boom Woo Guck mal den Salto an Rudy Du Monkey Du Monkey Renn Renn, du kleine Monkey-Ratte Renn Hä? Wo ist er hin? Ah, der ist da noch Ciao, Brody Und jetzt Das wird alle Okay, konzentriert Oh, boom Okay, nicht geklappt, Leute Nicht geklappt Oh, mein Gott Triff mich nicht, du Ratte Triff mich nicht Manchmal kommt die Überraschung von oben, Rudy Bro, ich hab den High-Ground deines Lebens Meines Lebens Oh, mein Gott Das ist der letzte Salto-Triff Boom, boom, boom Und damit, Leute Gewinne ich diese verdammte Challenge Only Salto Wie viele Kills Zwölf Kills Zwölf Saltos, Leute Easy Lasst einen Daumen nach oben Dann vergiss nicht Den Creator-Code Zetrusag Im Item-Shop einzugeben Schreibt die nächste Challenge In die Kommentare Die wir machen sollen Nach einem Kill Und Bis zum Nächsten Mal Tschüssikowski